ja moin leute ja wir sind hier auf klassik auf dem pvp server zu gange und da nennt sich prosti hilf mal wie nennt sich der server nochmal weh noxus genau und wir sind auch in der gilde ja wir wollen ja so ein bisschen pvp machen und dann schauen wir mal was wir so alles kaputt machen könnte ja und dann würde ich mal so sagen dann aufsatteln und los na mein maul ist weggeräumt oh ich hab euch ja vergessen zu begrüßen ja frosty ist dabei hallo frosty und der andy ist auch dabei hallo kikuk hallo so dann auf auf wo sind wir denn alle schon wieder alle aufeinander gedüsselt hier ja ja jetzt komm mit was bist du denn nochmal ahja dann können wir ja los hühnern so dann nochmal gucken ob wir hier jemanden finden dann geht ganz einfach also es ist kein bg in dem sinne sondern wir sind hier wo sind wir überhaupt open world pvp da war eben auch gerade die einblendung ja und dann gucken wir ja ist ein bisschen eintönig der weg dahin aber was soll es ist ja nun mal eben so die schnellsten sind wir ja auch nicht gerade und da war einer sind tote ja ja genau gemüse steht hier aber hier ist keiner ja kommt doch mal was war nicht immer einer weil jeder erz nur die jetzige sind 32 oder 31 so ihr sollte noch ein bisschen kleiner er war nur von der größe da sowieso der mark hat noch ein hunter kann jeder kann nicht sein weil das zeugliche noch im boden rum ja welche an gelass mal zu den menschen dahin also ja am meisten am meisten leute wir müssen sie beschützen ja die armen werden nur noch 15 jede sekunde umgehauen du hast im bär am heck ja der mark ja ich bin ich lecker mit zehn mal hier war noch einer ja also lederreißes definitiv nicht warum klappt er die dann jetzt ja gibt es überhaupt eine kässe dafür ja mit sicherheit okay so für alles ein quest genauso wie wir eine quest haben um die ordner zu klopfen haben wir dann in die quest haben wir uns selbst gegeben genau das über mager aus hier wurde ja komm mal da liegt doch schon der erste tote noch mehr da ist ein schamane der macht nur ist nein das partner die der malruhe stein und level 8 und zwar doch nicht er verfolgt mich okay er verfolgt niemand mehr ja da ist noch einer jeder ist noch einer ich verlangsam nehmen meine denn verflucht ich habe ihn mal ich gifte ihn mal ich habe mit einem schwer drauf geknüppelt der dampft ja noch vergift so das war ja schon mal recht erfolgreich dann bleibt auch einfach liegen der holt jetzt schon 80er erholt jetzt schon 80er genau sehe ich auch so nennen wir das ein kurzes video ja sobald ich mir nämlich die spielverderber sind hier da und ihre 80er club knüppeln uns nieder und parken auf uns rum das haben wir auch ich habe gar keine box mehr hier jemand trink trinken das haben das phänomen haben wir leider schon oft genug gehabt kann sie eine stunde lang nicht spielen das ist immer so ein bisschen das schöne ist dass ihr wenigstens unsichtbar machen könnt kannst du das nicht warum hast du kein nachtdampf gemacht ich bin der logvogel dafür bist du auch ein bisschen höher im level genau wir können uns auch ein bisschen splitten wenn jemanden jemanden gefunden hat dann kommen wir dahin rennen das dauert so lange ich bin viel zu langsam dafür ja ja oder irgendwo muss ja die gleiche liegen und den knochen noch irgendwo zwischen den bäumen also jetzt gerade sieht es ja ich mag aus ja wir können auch mal irgendwo anders hingehen gehen wir mal zur schmiede rüber das ist ja noch unter stadt kommen auch mal rein ja da können wir aber keine angreifen dass das dumme aber moment nee wir können das ja weiß nicht was geht wenn wir das halte unter stadt aber das ist natürlich blöd werden es gibt gerne auch hier ist einer jaja wieso komisches solchen auch nicht immer nicht mal getroffen hey ich verreck hier einen dot brauchst du heilung ja soll ich dich beschützen henry need heilung ich kann dich haben wenn du mit ich kann noch nicht gemacht habe ich habe ich habe 80 prozent ab geht ich habe im tram modus überhaupt keine verbände das muss ich auch noch setzen vielleicht ist ja jemand in der kirche aber da stehen noch machen also er kann ja sein dass wieder drin er war eine afk ist das war ja neulich auch in stimmt in der kirche afk gegangen völlig völlig schmerz war in der steune auf keine ecke gesessen oder was dafür gesagt ist eine kirche ja kann ja mag ich gehe mal gucken ne ist aber keiner drin warst du schon drin ich bin aber drin du hast doch schmerzfrei reingelaufen eiskalt sowas der typ irgendwie ja ähm andi du kannst auch humanoiden aufspüren machen da kannst du durch die häuser durchkommen ja aber da werden mir alle humanoiden angezeigt und das sind hier eine verdammte menge aber ähm die grünen sind die guten die im roten sind die bösen ja hier ist einer hier ist einer hier ist einer der rennt weg der rennt weg bleib stehen genau wie der rennt weg der ist ja erst nach wie 18 äh das sind zwei ich will nach wie 18 auch wir wollen doch noch spielen alter moin leute ich bin wieder angerufen wieso sind die so schnell wenn sie wegrennen denn der eine steht hier schon am bär irgendwie tun die mir leid ja wir tun dir auch leid mein pet ist schneller warte ich mach ihn in der eisfalle er hat mir einen auf den kopf gehauen ey ist der doof? das tut doch weh ich mach ein Messer hinterher werfen klack jo poos ha 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 poos ich hab ein Messer hinterher geworfen ahm ich hab nochmal drauf gesprossen ich hab nochmal drauf gesprossen ja haut der mich doch geht gar nicht so was ähm das war übrigens ein Schurken ne wenn man so gesehen und ne Hexenmeister aber die waren beide ja nur 18 da war ein bisschen bisschen low ja nur wir brauchen mal richtige Gegner ja der nächsten 80er kommt bestimmt gleich ne die sind schon im Anflug im Anflug genau wir fliegen noch bestimmt gleich der Raid entgegengelaufen oder so ich hab das vergessen oh man ey ich muss mir mal kurz ein bisschen clips hier auf dem Tisch legen oh da kommt noch einer wie ist das? ja ein 24 Ork Schamane oh den kennen wir ist das ein Troll? den kennen wir alleine kennen wir alleine ja der Troll wollte uns ja immer verprügeln ja die die reitet nicht so schnell wo ist er denn? da hinten läuft er doch ja habt ihr im Visier? ich weiß gar nicht wo der ist ich glaub ich jetzt er hat Kräuter sammeln ja ja ich hab ihn angemarkelt vorbei mit Kräuter sammeln ja und tot und tot hat sich dann sozusagen erledigt genau wo ins Glas die Besten wir können auch mal in der Nähe von Tarans Müdeln gehen vielleicht sind da auch noch ein paar ja da sind bestimmt ja da sind halt Waffen die sind 45 die hauen uns um und da sind mit Sicherheit auf Level 80ern ja ja es gibt hier auch noch Todesritter meistens ist das Todesritter die hier fahren ja wow ja ich bin einfach wieso bin ich leid gestiegen ey oh hier ist einer heute hast du gedrückt ah da 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 ist einer ach das sind die von gerade eben ja die sind die wohl schon wieder da ey ich mach mir das drauf oh da sind Level 80er oh da ist Level 80er drin oder es wegrücken stehen bleiben komm da gar nicht ran ey wieso sind die so schnell ja nur der Level 80er der geht da jetzt hin zu den Menschen also da gehen wir besser nicht mehr hin ne das hat sich dann erledigt ne das hat sich dann erledigt ne das hat sich dann erledigt ja wir werden bestimmt gleich wie so umgehauen wir sollten wieder zu den Menschen wir können ja mal da hinten gucken ja geh mal gucken genau okay gehen wir doch mal gucken wir beide machen uns unsichtbar und dann haben wir einen Lockvogel wir haben ja einen Lockvogel genau auch schön groß auch schön groß genau gute Idee ey hier der schon mal nicht super viel boah 114 sind Schaden und dampfst du doch auch ne ja ja das passt ja wieder ja mein Telefon klingelt ne ich muss mich hier in Erlmod warte mal davon hat er stehen bitte halt da ist ein Level 30er No auf ihn gegen drei hat er keine Chance guck mal der geht jetzt schon auf ne doch nicht der kommt nicht weit tot ja das passt auch immer hervorragend wenn man gerade ein video da unten ist ein hexenmeister der ist totenkopf kommt auf ihn ja totenkopf das tut ihn tot team aber der 1000 30 leben ich weiß es nicht vielleicht ist das auch ein bot ich kann da nicht aber jetzt habe ich ja nein läuft würde ich noch hinten dran ich nicht mein gott ist schnell 800 leben hier ist der 80er irgendwo lass mal gucken gehen gegen bahn tot ich meine 1000 1000 live level 80 ist oder ok 10 wir waren das war ein stoffträger jetzt schon mal ein paar feil um die ohren das passt schon sollten sie denn jemals treffen hier treffen tut man mal im pvp immer oder hier ist einer hier ist einer magier immer der gebiet schon auf ich habe schon wieder die augen gekriegt das immer nur auf ihn drauf ja ich würde mal sagen ja auch vielen dank fürs zusehen wir haben so das dumme gefühl ich bin tot ja genau das genau das war erwartet ja dann viel dank fürs zusehen und dann bis zum nächsten mal bis dahin und tschüss und tschüss